Jung sind auch die Mädchen der Splash-Crew. Vor sieben Jahren haben wir mit Tanzen angefangen. Tanzen ist für jede von uns die grosse Leidenschaft. Und jetzt suchen wir auch als Gruppe den Wettbewerb. Als Vertreter der Schweiz haben wir diesen Sommer an den Hip-Hop-Weltmeisterschaften in Las Vegas teilgenommen. Ein super Erlebnis. Vier Mal pro Woche trainieren wir. Das geht schon zusammen mit der Schule. Ist ja auch wichtig, die Schule. Aber das Tanzen macht natürlich viel mehr Spass. Unser Traum ist, wir wollen uns immer weiterentwickeln, besser und auch professioneller werden. Heute Abend geben wir uns das Beste. Und wir wollen auch Spass haben bei der ganzen Sache. 2, 3, Flash! 2, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 10, 8, 9, 10. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017